Die Angst für weiblichen Fett ist in der Tat Angst für Frauenbauer. Die kulturelle Fixierung auf die schlanke Frauen hat nichts zu tun mit einer Obsession für weibliche Schönheit. Nein, es ist eine Obsession für weibliche Gehorsamkeit. Frauen, die schlank bleiben, sind gehorsam und abgeleitet. Ich habe Hunger. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich wollte nicht die Frau sein. Ich soll groß sein. Mein Bauch ist so groß wie das größte Gefängnis und ich schließe alle Sexisten der Welt. Auf und sie gelangen auf die Nabelschnur. Dann bestimme ich, was du isst. Meine Fagina ist so groß wie ein Fenex-Weig. Ich war nur Kinder so groß, dass sie die Welt verändern werden. Und sie schreien, was? Alle sind gleich. Meine Klitoris ist so groß wie ein Familienhaus. Und ich befriedige mich durch den Mount Everest zu fahren. Meine Orgasmen führen Lawine an, die die Sexisten zu vernichten. Meine Stamlippen sind so dick. Das sind zwei Inseln mit Ozean. Und dort trainiere ich die Frauen. Sie werden dicker und werden die Welt übernehmen. Das ist Zeit. Es ist Zeit zu verdicken. Es ist Zeit. Ja, ja. Es ist Zeit zu verdicken. La, la, la. Ja, ja, la. Ja, 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 ja. La, 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 la Dann bin ich gehörsam, dann bin ich ein Sieg ohne, dann bin ich gehörsam. Tief, so dich Lange sein, dann bin ich verrückt. Weil dann bin ich, abgol Mike. Die soll beschleunzen, dann bin ich der Duma. Dann bin ich abgeleitet, sagte, nein! Nein, nein, come on. Nein, 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 nein. Nein, sagte nein, nein. Oh! Untertitelung des ZDF, 2020